Dieser Unser Kleine Farmstar erlebte die Ausstrahlung seiner letzten Folge tragischerweise nicht mehr. Carl Swenson starb im Alter von 70 Jahren. Er war in der Serie als Lars Hansen bekannt und stieß in der fünften Staffel dazu. Er war wichtig für den Plot der Serie, da er der Besitzer der Segelmühle war und Michael Landons Rolle Charles Ingalls nach dessen Ankunft in Walnut Grove einen Job gab. Bis zum Tod Hansens in der Serie blieben die beiden Figuren Freunde. Ursprünglich war nicht geplant, dass Swensens Figur sterben sollte. Jedoch wollte der Schauspieler in den Ruhestand gehen und deshalb musste er rausgeschrieben werden. Seine letzte Folge war Heimweh 2. Diese wurde am 16. Oktober 1978 ausgestrahlt, doch leider bekam der Hansen-Darsteller dies nicht mehr mit. Er verstarb gerade einmal acht Tage, bevor diese Folge im Fernsehen lief. Er wurde im Janen-Darsteller dies geschrecklich. Aufliches Schiedpern Untertitelung des ZDF, 2020